Und damit hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten The Sims 3 Let's Play Und ich würde mal sagen, wir hauen auch direkt raus, denn im letzten Part ist ja Sherlock schlafen gegangen und in diesem Part wird er ja zum allerersten Mal arbeiten Ich, mal gucken wie er sich da so schlägt Wie die meisten ja wahrscheinlich schon auf dem Kanal mitbekommen haben Ähm, ja, der Stream hat nicht so geklappt wie ich dachte Denn mein PC ist so schlecht, ja, was kann ich dagegen tun? Nichts, mein PC ist halt erst ein halbes Jahr alt Ich benutze übrigens ein Notebook, Windows 8 Ich bin nicht so der Windows 8 Fan, denn Windows 7 ist meiner Meinung nach besser Aber ich kann nichts dagegen tun Denn ich werde wahrscheinlich jetzt keinen neuen PC holen können Da, wie gesagt, mein PC erst ein halbes Jahr alt ist Und das Laden dauert hier extrem lange, ich weiß nicht woran das liegt So Spiele aufnehmen, Rennen, dann hochladen und so, das funktioniert ja alles, aber Das Stream halt nicht Deswegen müssen wir auch bei, äh, Lukas streamen oder eventuell irgendwann mal bei Leon, also Leon, falls du das Video siehst, schreib mich auf WhatsApp an und sag, was du davon hältst, dass wir mal bei dir streamen So ein Let's Play Together, ne? Ja, das wollten wir heute eigentlich auch machen Aber wir haben ja keine Zeit gehabt, wir saßen irgendwie vier Stunden dran Bis es endlich geklappt hat mit dem Stream und dann War so eine Scheiße mit dem Stream, aber ja gut Boah, Junge, lad doch ein bisschen schneller Ja, bei der Sims 3, das muss immer lange laden Ja, der Friedhof ist ein Ort der Trauer, das stimmt Gibt's da einen Friedhof? Da muss ich mal nachts hin, mal gucken, was da so ist Also wie ich gesehen habe, ist die erste Sims-Folge Eigentlich relativ gut bei euch angekommen Hatte 31 Aufrufe nach einem Tag, das ist schon Nicht schlecht So viel hat sogar Clash of Clans, also So wenn es gut ankommt, aber das ist bei Allen Spielen irgendwie, so Äh, äh, ich bin am pennen Gehen wir mal, ah ja Ich würde mal sagen, ich spule ein bisschen vor Was ist das für ein Knopf? Äh Sehr hohe Geschwindigkeit durch aktuelle, äh, aktuelle, äh, Aktion Okay Okay, das ist, das ist eindeutig mehr Jetzt schauen wir ihm mal im Schlafen zu Ja, ich habe 194, nenn wir es einfach Dollar, Euro, wie es, ah, Mann, Mann Seine Laune ist ein bisschen, ähm Wie soll man es nennen? Beziehung, ja Boah, wer ist das denn? Wann habe ich den denn bitte schon kennengelernt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen Das Fähigkeitenfenster verrät dir alles, was du über Fähigkeiten wissen musst Ja, das interessiert mich nicht Bedürfnisse Ja, Energie, das ist ja gerade hoch Nie und nie Ja, wie ich schon im letzten Entschuldigungsvideo angekündigt habe Habe ich ja ein neues Mikro Ich hoffe, das merkt man einigermaßen Aber ich glaube, das müsste man eigentlich merken Denn das Rauschen ist weg Und die Tonqualität ist meiner Meinung nach sehr viel besser Sehr viel, also, ja Oh Ähm, ach genau so machte man das, ja Ach ja, ähm Unter die Clasher unter euch Unter euch Gut, deutsch Unter euch Wie fandet ihr das letzte What the fuck Base Video? Denn mir hat ja einer Ähm, Klassenkamerad drunter geschrieben Obwohl er nicht viel Ahnung vom Spiel hat Dass das keine What the fuck Bases waren Aber Ein Raus Level 10 Mit Level 5 Mauern Das ist nicht Ah Die Fahrgemeinschaft holt mich gleich ab Sherlock, mach auf Oh, Mann, Mann Ich sollte vielleicht was essen gehen Pause Denn ich will Schaffe ich das in 43 Sekunden Was Glauben nicht, äh Und was braucht man für meine Arbeit Um befördert zu werden? Leistung Laune und Logik Ah, Logik Hä Bauen wir die Fähigkeit Logik weiter aus Um in dieser Karriere voranzukommen Ja gut Dann muss ich mir wahrscheinlich so ein Bücherregal kaufen Aber das müsste eigentlich bezahlbar sein Karriereverlauf Latrinenputzer Ja, das habe ich direkt gekündigt Habe ich geschmissen Das Inventar deines Sims Ja, das interessiert mich nicht Ähm Ja, lassen wir ihn doch pennen Lassen wir ihn mal weiterlaufen Ja, Hunger ist eigentlich relativ groß Hygiene geht Spaß ist auch Nicht so soziales Brauch er mal wieder Etwas So im Sonnlicht sieht das Wasser Eigentlich relativ geil aus Äh Wo ist denn Ah, Mann, Mann, Mann Nein, nein Steh auf Oh, oh Wo ist die Fahrgemeinde Ah, zur Arbeit fahren Okay, äh Ausruhen Aufstehen Steh auf, Digga Zur Arbeit fahren Zur Arbeit fahren Zur Arbeit fahren Los Du willst doch nicht zu spät kommen Ich brauche Money Beziehungsweise du Ja, komm, los Go, go, go Ja, ich komm schon, Digga Der erste Arbeitstag fängt schon mal gut an Willst du spät kommen Ah Ich glaub am nächsten Arbeitstag Kann ich's besser machen Ja, beeil dich Lauf Lauf, Forest Lauf Okay, da ist Bist du ja Ja Oh, ich hoffe, dass die Karre nicht wegfährt Wenn wir hier sind Ich glaub aber nicht Ich will auch so ein schönes Haus haben Nicht diese Gammelbude, die ich jetzt habe Ja Lol, wir sind denn eingesteigt Eingesteigt Eingestiegen Dein Sim kann mithilfe von Optionen Auf vielfältige Weise arbeiten Möchtest du mehr über Optionen erfahren Äh Vielleicht später Kann man den Sim hier eigentlich beim Arbeiten zuschauen Yo Das ist ja Choral Ja, Choral Sagen wir jetzt einfach mal Ein Job ist die beste Möglichkeit Um deinen Sims ein finanziell abgesichertes Leben zu sichern Möchtest du mehr darüber erfahren Wie man einen Job findet Äh Ja, in der Zeitung oder über dem PC vielleicht Echt nie Alter Bisschen schneller Alter Die sind hier Alter Guckt es euch an Die sind hier vor dem Krankenhaus Und telefonieren die ganze Zeit Ähm, ja Wieso nicht Die sind schon eine Stunde vor dem Krankenhaus Also Wer will nicht Eine Stunde vor dem Krankenhaus da Telefonieren Also Ja Wenn es dir Spaß macht Das ist die Sims Welt Die ist einfach nur so unlogisch Und Mein Charakter Sherlock bekommt großen Hunger Ah, das Soziale steigt da auch Hä Lol Der hat ja gerade gegessen Das ist Das ist ein Service Der hat wahrscheinlich gerade Mittagspause Spaß Gerät ein bisschen zurück Äh Ja, Spaß Eventuell mit Fernsehen gucken Oder Was weiß ich Übergebt sie sich gerade Hä Sind die behindert Die sind vom Krankenhaus Telefonieren und übergeben sich Wo ist da der Sinn Da Ist mir auch egal Ist mir auch egal Jetzt kommt hier ein Arzt raus Und wird abgeholt Okay Der hat wahrscheinlich Schluss Ich muss bis 15 Uhr glaube ich arbeiten Gut ausgeruht Nach einer langen und erholsamen Nacht Fühlt ein Zip sich so richtig ausgeschlafen Ja, das freut mich Heute ist der Glückstag von Sherlock Wer weiß Was dieser Tag sonst noch schön ist Bereit behält Wegen Merkmal Glückspilz Okay Sherlock hat sein Tageswerk vollbracht Sherlock hat heute 127 Dollar verdient Ja, das ist extrem wenig Jetzt folgen wir ihm Folgen 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 Alter, der Eiskalt überfahren Naja, fast Ähm Warte, nein Normale Geschwindigkeit ist jetzt, ne Was will er denn machen? Ich verstehe es nicht Er rennt zum Haus, um langsam reinzugehen Ja, das ist Das ist der Sinn des Sims Das ergibt einfach keinen Sinn Ähm Wir werden jetzt Die Kaufoption starten Logik brauchen wir Badezimmer, nein Schlafzimmer, nein Wohnzimmer Nein Esszimmer, nein Büro Bücherregale Wie viel kostet denn so ein Bücherregal 175 Oh je Ja, komm Gönnen wir uns Dass man nicht alles für den Job tut, ne Ähm Ja Können weiterlaufen lassen Was ich mir als nächstes gönnen will, ist eine andere Tapete, die jetzige sie einfach nur so Was Junge Wie war's wenn du Oh Will direkt lesen, Buchtitel, die Geschichte von Grand Rubino Und wo ist Bella Nein Nein Du sollst Logik lernen Lesen Nein Etwas lesen Regal öffnen Ne So Ja, auch nicht Äh Lesen Etwas lesen Hä Kann man hier nicht die Logik steigern In Sims 2 konnte man doch die Logik so steigern oder nicht Zufriedenheit auf Lebenszeit Bedürfnisse Sims müssen nach wie vor auf ihre Grundbedürfnisse achten Sinkt ein Bedürfnis in den Keller Wird das negative Stimmungen zur Folge haben Möchtest du mehr über die Bedürfnisse erfahren Ja, nee Was liest du denn Sherlock Ah Logik steigt Guter Junge Was können wir nachlesen machen Äh Spaß Hat er Spaß beim Lesen Anscheinend nicht Also ich werde ein bisschen vorspulen Da das Lesen doch etwas langweilig erscheint Ist cool, dass er auf der Arbeit ist Jetzt muss ich weniger Geld ausgeben Läuft Muss man überhaupt hier Geld ausgeben Bei Sims 2 war das zumindest so auf der PS2 Ich weiß aber nicht, ob das hier ist Ich hab letztens in der letzten Folge auch nicht drauf geachtet Und die Laune ist sehr glücklich Also Damit kann man arbeiten Wie spät ist es inzwischen? 18 Uhr schon, Digga Du musst bald pennen Ja, jetzt schaut er Fernsehen Das Fähigkeitslevel schon gestiegen Äh Beziehungen Karriere Karriere Logik könnte noch etwas steigen Zusehen und sitzen Äh Wo waren die Grundbedürfnisse da? Spaß Steigt wieder Das freut mich In diesem Brü Hä? Wo hast denn du die Bücher hingelegt, Digga? Äh Anscheinend Die im Inventar Ah Wo ist Bella? Die Geschichte von Was weiß ich Lies mal Anscheinend Äh Steigt da ja die Logik Ja, die Logik steigt da Ja, aber lies auch durch Energie bekommst du gleich Hygiene Wir gehen gleich duschen Hunger Ja, kannst du morgen wieder auf der Arbeit essen? Ne Es kommt drauf an Wie stark der Hunger gleich Äh Steigt Sherlock am Lesen Alter, wie langsam das steigt Falls einer von euch Ahnung hat, wie man schneller die Logik steigen kann Schreibt es mir bitte in die Kommentare Also sein Spaß ist wirklich hoch Sherlock hat so viel Spaß, dass er schon fast kriminell ist Das ist schon fast kriminell ist Ja, läuft doch Energie, man bekommt ja auch durch Essen Energie Wer hätte es gedacht? Der Sherlock ist hier hinterm Mikro Ja, komm, beeil dich ein bisschen Ah, warte Nur mal lesen Ich glaub, er sollte mal was fordern Abendessen Essen, Makaroni Oh, es gibt ja immer dasselbe Abendessen servieren Snack essen Öffnen Abendessen Makaroni mit Käse Das wirst du ja wohl hinbekommen Das Lesen kannst du auch abbrechen Sitzen auch Du musst jetzt essen Dann gehst du duschen Und dann gehst du schlafen Nein, nicht so ranzoomen Ja, genau, mit den Pfeiltasten Boah, was ist das für ein Gammelkühlschrank, ey Der sieht aus wie so Weiß ich nicht was Wie dreckig ist der? Was hat der Vorbesitzer damit gemacht? Oh je, Mini Spuren wir mal ein bisschen vor Ich glaub, mehrmals draufdrücken Bringt nichts Sherlock, der Meisterkoch Ja, jetzt Oh, das dauert so lange Bis es fertig Es ist schon 23.09 Uhr Ja, das ist nicht optimal Das ist überhaupt nicht optimal Ja Ja, statt rumzustehen Guck mal Nein Essen, Digga Essen Makaroni mit Käse essen Was ist das für ein Intelligenzbolzen? Und der soll Detektiv werden Er kocht sich was Und lässt es dann stehen, um zu schlafen Wo ist da der Sinn? Nachdem du das gegessen hast Sherlock Gehst du duschen Duschen, duschen Alter, das Bad sieht ja genauso kacke aus Soll das so sein? Ja, schätzungsweise soll das so sein Bad, nee Dann gehst du auf Klo Und Dann gehst du schlafen Alter, der hat doch nicht was Bett gemacht Ja, Bett machen brauchst du nicht Wenn du schlafen gehst Digga, ich mach schlafen Sitzen und Makaroni mit Käse essen Boah, wir werden ja frühestens um 3 Uhr morgens schlafen, ey Die Energie Okay Jetzt gucken wir mal Spülst du auch? Ja Wieso auch spülen? Ich meine Du kannst ja auch gammeln da Also Wozu, ne? Ja, jetzt beeil dich ein bisschen Du musst doch schlafen Sehr glücklich Das freut mich Schon 1 Uhr Also Er erbadet um 1 Uhr Für ne Stunde Wozu? Ja Kann man sie Dauert das Duschen? Ich glaub das Duschen dauert nicht so lange Da würde ich die Badewanne verkaufen Und mir lieber ne Dusche kaufen Ah, jetzt hab ich nicht wieder drauf geachtet Wie lange wir schon aufnehmen Egal Irgendwann werde ich schon Okay, ist alles relativ hoch Und jetzt Energie Machen wir Pause Und werden gucken Können wir das verkaufen? Wie verkauft man? Vielleicht mit Rechtsklick? Hier klicken oder Entfernen drücken Um das Objekt zu verkaufen Entfernen Okay Jetzt werden wir uns Ne Dusche kaufen Ich brauch keine Badewanne Dauert viel zu lang Herdetegen Äh Mahlzimmer Da sollte man vielleicht nachgucken Boah Sind die teuer, ey Ja, stellen wir Alter Voll die Voll das Premium Voll das Premium Dusche Geil Deutsch, Alter Voll die Premium Dusche Ist das Ja, jetzt können wir auch weiterlaufen lassen Äh Live-Modus Und weiterlaufen lassen Ja, am Anfang ist es ja Relativ langweilig hier mit den Sims Let's Plays Aber im Notfall werde ich mir irgendwann Motherload benutzen Ja, ich glaube die meisten Müssten wissen, was Motherload heißt Also Motherload ist der Gay Gay-Sheet Ja, Gay-Sheet Ja Der Geld-Sheet in diesem Spiel Aber ich habe nicht vor zu sheeten Ich habe vor mir alles hart zu erarbeiten Ist mir egal Also Ich muss sagen Das ist wieder ein Spiel Was mir wirklich gefällt Naja, die anderen gefallen mir auch auf dem Kanal Aber Dass mal wieder So eine Abwechslung reinkommt Naja Also Clash of Clans Habe ich sehr viele Folgen rausgebracht Mario Kart Mario Kart noch nicht Und Super Mario 3D World Auch noch nicht Aber Ah ja Falls es einige unter euch Noch nicht bemerkt haben Ähm Wenn ihr zu Kanal-Info geht Da ist Der Upload-Plan Ja, der Upload-Plan Ich werde jeden Tag um 14 Uhr ein Video rausbringen Und was für Videos ich an diesem Tag rausbringen werde Ob es Montag ist Ob es Dienstag ist Ob es Mittwoch ist Ob es Sonntag ist Ob es Freitag ist Ob es Samstag ist Ob es Sonntag ist Das seht ihr im Upload-Plan Und Leon bringt jeden Tag um 17 Uhr Counter-Strike raus Und Lukas Ja Irgendwann vielleicht mal Wird er was rausbringen Aber Ja Ey, wie lange musst du schlafen Jetzt mal ganz Hä, wieso bist du jetzt aufgestanden Dann kannst du wenigstens dein Bett machen Bett machen Der will doch nicht jetzt Ernsthaft Der will vor der Arbeit lesen Ströber Nein Ja, ähm Jetzt müssen wir noch ein bisschen Geld nach Hause bringen Ja Wieso im Paranormal Activity Die Geister stehen da auch die ganze Zeit so vorm Bett Und glubschen Äh, gucken einfach auf Die, die in dem Film vorkommen Also Bedürfnisse Glücklich Das freut mich aber Spaß Steigt wieder Hygiene ist wieder gesunken beim Schlafen Ich weiß auch nicht wieso Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor Okay, wegen leckerem Essen Ah, 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 ah Geh arbeiten Zur Arbeit fahren Wieso stehen da zwei Autos Wenn die Fragen da Lol Habt ihr es gerade gesehen? Da stand ein zweites Auto Und auf einmal ist da ein Typ mit dem Fahrrad aufgetaucht Ja gut Ich meine in Sims 3 kann man sogar, äh Ein Auto haben, oder? Ich meine es Also ich kann mich noch dran erinnern Ich hab's wirklich das letzte Mal gespielt Das ist schon etwas länger her Nein, doch nicht nach Hause Oh Hab ich erstmal entfernt Wegen sonst kündigt er noch Und das will ich nicht Ich will, dass er ja Money verdient Ich finde man sollte hier Noch etwas schneller vorspulen können Denn das zieht sich doch In der Zeit Auch heute sind da hier keine Am Telefonieren Und die vom Krankenhaus kotzen Wenn man vom Krankenhaus kotzt Ich meine man kann ja nicht reingehen Und sich behandeln lassen Ja Wozu auch? Erst telefonieren und sich dann übergeben Wo ist da der Sinn? Ich weiß es nicht Ah Scrollen kann man auch Ah jetzt, ja, jetzt, ja Jetzt hab ich's herausgefunden Dass man mit der Maus auch hier Mit Rechtsklick sowas machen kann Und dass man mit diesem Ich weiß nicht wie das Ding heißt Mit diesem Rolldring Rolldring, ja Rollding rein und raus Zoomen kann Das hab ich gerade ganz Im Dienste der Wissenschaft Bei einem verrückten Gartenswerg-Experiment Wohl mehrere Wissenschaftler verletzt Du wirst gebeten Du wirst gebeten Überstunden zu machen Um dich um die armen Wissenschaftler zu kümmern Deine harte Arbeit Und Aufopferungsbereitschaft Appetit High besuchen Das machen wir, wenn wir Wochenende haben Denn, ja Wie man schon sieht, hab ich nicht so viel Freizeit Ich wurde auf jeden Fall befördert Das freut mich schon mal Äh, Vorspulen Sehr hohe Geschwindigkeit Launenanzeige, sehr glücklich Ja, also wie man sieht Sinkt die Launenanzeige hier etwas Wieso isst du nicht? Ja, jetzt ist der Guter Junge, guter Junge Sherlock harmonisiert sich prächtig Und vergisst den Alltagsstress Hä, der ist doch gerade auf der A Ja Sims-Logik Ich frag gar nicht nach Energie ist schon wieder am Boden, ey Okay Ich glaub, ich muss mal so eine Kaffeemaschine kaufen Wenn ich wieder Money habe Krieg ich eigentlich für die Beförderung Äh, Beförderung kein Geld Und jetzt hier wieder der Arzt von gestern Nennen wir ihn Doktor Keine Ahnung Doktor Watson Ja, das passt zu Holmes Nennen wir ihn Doktor Watson Nur, dass Watson dann der Chef von Holmes ist Ist zwar ein etwas unlogisch, aber Was soll's Kann man eigentlich hier reinzoomen? Outfit wechseln bei der Arbeit Ja, wieso nicht? Ja, wie lange musst du denn noch arbeiten? Bis 17 Uhr Überstunden machen Ich glaub, es hackt Die würde ich aber bezahlt haben Das ist ja sonst Wucher Boah, wie viele immer das Krankenhaus besuchen Ey, ist ja unglaublich Vielleicht ranzoomen Ah, ah Hier sind wieder welche am Telefonieren Live-Reporter David Götter Was war das denn? Er zieht sich um Hat ein Donnerzeichen so Überm Kopf In den Gedanken Und geht weg Ja, ich frage einfach nicht nach Das ist die Sims-Logik Das Krankenhaus ist sehr zufrieden mit seiner Ähm, sehr zufrieden mit seiner Arbeit gewesen Und die Wissenschaftler sind dir unendlich dankbar Es ist wirklich selten, dass jemand so einen Job aufgeht Und eben dieses Engagement bringt Dich einer Beförderung ein weiteres Stück näher Ja, das freut mich doch Das freut mich Herzlichen Glückwunsch Die gute Leistung von Sherlock Hat ihm einen Bonus von 264 Dollar Und eine Beförderung eingebracht Er ist nun Bettpfannenlehrer Ja In einem Krankenhaus voller Patienten Äh Voller Patienten Fehlt leider auch jede Menge Bettpfannen an Und einer muss sich ja erbarmen Sie zu reinigen Ihh Das einzige, was noch schlimmer ist Als der Beruf eines Bettpfannenlehrers Ist der Gestank Aber das ist noch lange kein Grund Schlapp zu machen Denke mal ran Du tust es für das Wohl der Patienten Ja, das bringt mir auch was Sherlock verdient nun 25 Dollar In der Stunde Und arbeitet Ja, die Arbeitszeiten sind gleich geblieben Äh Nach Hause Er liest nach der Arbeit Vom Krankenhaus Wo ist da die Logik? Ja Ich würde auch sagen Ich beende jetzt Mit der Beförderung Die Ähm Folge Und freu dich auf die nächste Sims-Folge Die leider erst am Donnerstag rauskommt Aber Die anderen Spiele müssen ja auch rausgebracht werden Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao